Stahltun wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 von 3A-Schnuren gegründet. Das Rohmaterial war sehr knapp und die 3A-Schnuren haben ein leistungsfähiges Produkt erfunden, und das ist Stahltun Sturzbrett. Die Erfindung gab dem Stahltun den Namen Stahl-Ton und dadurch sind in den letzten 75 Jahren ein paar weitere Produkte entstanden. Und es ist heute noch so, dass man praktisch auf jeder Baustelle in der Schweiz die Bauteile der Stahltun AG findet. Der Innovationsgeist der Stahltun hat dazu geführt, dass das Produktenspektrum sehr breit geworden ist. Die Stahltun ist heute in den beiden Geschäftsfeldern aktiv. Die Stahltun AG im Tiefbau, die Stahltun Bauteile AG im Hochbau und dort im Rohbau und in der Fassade. Vor rund 15 Jahren ist das Feld so breit geworden, dass man zum Schluss gekommen ist, die beiden Geschäftsbereiche zu trennen und den Rohbau und die Fassade abzuspalten und in ein eigenständiges Unternehmen die Stahltun Bauteile AG überzuführen. In der Stahltun Bauteile AG ist es so, dass das Tagesgeschäft eigentlich immer begleitet wird von mehreren Innovationsprojekten. Da entstehen neue Produkte, neue Werkstoffe, neue Verfahren, aber auch neue Maschinen. Und wir suchen eigentlich den Kontakt zu Hochschulen und Instituten, die uns hier immer noch weiterbringen. Die Stahltun Bauteile AG ist auf uns zugekommen mit der Frage, wie sie ihre glasfaserverstärkten Betonelemente photovoltaisch aktivieren können. Das Potenzial der Energiegewinnung in der Fassade ist bekanntlich sehr gross. Andererseits ist die Fassade auch das Angesicht eines Gebäudes und der Gestaltungsfreiraum eines Architektes. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, dass wir die Photovoltaik in die Fassade so integrieren können, dass dieser Gestaltungsfreiraum möglichst gross bleibt und auf der anderen Seite die Fassade als Energiespende genutzt werden kann. Unsere Kompetenzen liegen im Rohbau und in der Fassade und wir sind auf das Hightech-Zentrum Aargau zugegangen, weil wir zusätzliches Wissen in der Photovoltaik gebraucht haben. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie haben wir zusammen mit dem CSM, einem renommierten Forschungsinstitut und Entwicklungsinstitut im Bereich Photovoltaik, können zeigen und untersuchen, wie man in diesen glasfaserverstärkten Betonelementen die Photovoltaik farblich integrieren kann. Die Erwartungen an die Lebensdauer von Bauteilen in der Fassade sind bekanntlich sehr gross. Sie müssen jahrzehntelang halten. Und aus diesem Grund haben wir mit dem CSM während einem Jahr jetzt Versuche gefahren mit unseren Bauteilen und stehen kurz vor der Zertifizierung. Als nächstes bauen wir in unserem Werk auf dem Dach der Produktionshalle ein Solarkraftwerk mit einem Megawatt-Peak-Leistung und gleichzeitig bauen wir dazu ein Teil Fassade, wo wir Photovoltaik als Vorzeigemodell integrieren und auch vergleichsmässige zwischen Dach und Wand machen können. Wir machen jetzt im Rahmen eines KMU Impulsprogramms eine Abklärung, wie wir das Produkt zertifizieren und Zulassung erreichen und so ein erstes Produkt in den Markt bringen können. Das Hightech-Zentrum hat uns eine Machbarkeitsstudie erstellt und hat uns gleichzeitig auch Türen aufgemacht zu kompetenten Partner im Bereich Photovoltaik. Monika 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 Vielen Dank.